ich sehe gerade nicht auch zu beenden würde ich immer folgen aber ich habe mich halt bei mir dann nicht aufgenommen ne okay ich weiß nicht ob ich er bei mir aufgenommen habe oder auch nicht ich glaube du hast jetzt eine folge auf und aber ich schaue jetzt mal ganz kurz ob ich den aufnabbacken gedrückt habe weil ich das ist hier jetzt auch noch ein bisschen quatsch und auf einmal aufnabbacken nicht gedrückt da schauen wir mal nach nein ihr seid mit dabei es läuft doch wie geschnitten Brot so ja wir haben kurz eingeschlagen in Basis B beziehungsweise Abschnitt B da fahren wir jetzt mal gemütlich hin mit der Bayern ja und wie gesagt wenn das jemand weiß warum die Bayern Bayern heißt also das Schlagschiff kann das gerne in die Kommentare schreiben oder wenn jemand gerade auf Twitch zuschaut kann der das auch gerne in den Chat schreiben ich glaube meine Antwort ist dadurch aufgenommen worden ne die ist nicht aufgenommen worden dann mache ich einfach später das VID herunterladen ja das gute ja das gute daran was wenn ich ja mein Twitch streame dann wird da automatisch da ja auch gespeichert wenn ich hier irgendeinen Fehler habe dann kann ich jederzeit hier nochmal ähm ja mir herunterladen und wir haben hier oder kriege ich haben wir den jetzt hier auch äh oder Stand umfälle ne der ist hier aber wir haben äh in Erwartung natürlich voll daneben gezielt bis unsere Kanonen geladen sind dass wir den Gegner dann dementsprechend auch wieder unter Beschuss nehmen können U-Boot wo da freue ich mich daran auch schon wieder Ich glaube, es ist versenkt. Das U-Boot. Das U-Boot ist versenkt. Nein. Der nächste Gegner zu. Und? Ja, die haben wir getroffen. Ja, die haben wir getroffen. Ja, die haben wir getroffen. Juhu, 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 juhu. A. A ist eingenommen worden. B und C sind noch nicht eingenommen. Aber komm, ihr. Okay. So. Wir wollen ja weiter auf den Gegner drauf. Und uns dann mal in Ruhe lässt hier. Der böse, böse Gegner oder der liebe Gegner. Wie wollen wir denn den Gegner? Ja, jetzt ein Glück gehabt. Ansonsten hätte ich ihn jetzt wahrscheinlich nicht wegraschiert. So. Sieg. Gewinne. Und wir haben. Ja, nicht viel. 10,000 Trillets extra. Das ist ja wohl sicher wunderbar. 27,000. Ja, okay. Ist in Ordnung. Ohne dran. Vielleicht machen wir jetzt noch eine Freude. Dann aber knapp wieder in die Kiste. Und auch wieder knapp 10,000. Ja. Naja. Ähm. Und 36,406. Äh, 604. Entschuldigung. Credits. 92 XP. 22 XP. Ja. 20.048 Schaden. Darunter ein U-Boot versenkt. U-Aus-Lieben-Zieltoffer. Zwei Autobahn geschlossen. 24 Automatik-Waffen-Zielbar. Nico. Gut. Bitte. Hast du Lust, irgendwann selber mal auf meinen Kanal zu streamen? Oh. Zum Beispiel bei Twitch? Ja. Äh, ich hab, ich hab, ich hab, äh, ich hab ja selber auch, äh, jetzt Twitch, ähm, da, äh, hätte ich dazu auch irgendwann mal, äh, Lust dazu. Nicht auch dein Kanal, sondern auch mein Kanal, wenn du Lust hast. Ja, wenn ich das darf. Ja. Äh, muss ich einfach nur anbindenbar einrichten. Aber Rösser sollte da kein Problem sein. Gerne, gerne, äh. Gerne, gerne. Also, das Angebot ist natürlich dankend, äh, und gerne an. Ähm. Aber wir besprechen mal dann privat, wie wir das dann auch alles genau machen. Wir besprechen wir dann mal privat. Äh, äh. Ja, äh, falls da jetzt, äh, äh, einige die Ohren angeschlagen haben, äh, wie, äh, macht das dann auch Twitch bei jemand anderes auf dem Kanal? Äh, wie, wo, was? Äh, äh, das seht ihr dann aber wahrscheinlich viel später. Ähm, ja. Schauen wir mal. Äh, oh, du wirst schon ausgewählt, das, oder? Ich bin immer ausgewählt. Aber bleibt mal gleich mal hier bei denen dabei. So. Und wir bleiben gleich mal wieder in diesem Gefechtsmodus, weil da haben wir gerade einen Lauf. Sorry. Warum, äh, sollte man die Wegstrecke des Dickes verlassen, wenn es gerade so schön läuft? So, ich bin schon mal. So, ich bin schon mal. es dreht und dreht und dreht und ich tue in der zeit mal wieder speicherkarten in die kamera ein leben und akkus raus tun jetzt können gleich loslegen in 12 11 10 es geht los wir schauen mal diesmal sind b und c schon belegt also bleiben nur noch a oder d b und c belegt b haben wir als basis und c haben die gegner a und d sind noch frei normalerweise würde ich ja jetzt rüber in den gegnerischen bereich fahren aber da wäre das risiko dann doch etwas zu hoch sich dann gleich unter wasser zu begeben sage ich jetzt mal deswegen fange ich an bei dem mal zu stören zu stören ja weil die wollen dann nämlich gerade einnahmen spielen aber da habe ich was dagegen die gegner deswegen stürme ich jetzt mal dahin mit meinen schlachtschiff weiß ich immer noch die bayern ist bayern 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 das bin ich nicht in sachen fußball da bin ich auch ehrlich gesagt nicht so interessiert daran meinen steppe fährt es sind also die technischen sachen wie jetzt hier geschichtlich ist oder halt auch im motorsport das sind so meins das ist so meins mit denen ich mich groß beschäftige aber ausnahmen sind natürlich wm und em die gucke ich mir an aber sonst so im fußball bin ich da raus ja au 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 wa jetzt hat mich aber gewaltig auf die nase drei torpede treffer und ich schwimm immer noch dir macht er ja nichts aus naja ich wollte aber schon im roten bereich ne ja der ist dann schon wieder nicht so toll schlagschiff ist zwar sehr stabil gebaut ja aber wenn man fast in den roten bereich geschlossen wird ist es dann richtig heavy war ich doch eigentlich und war von iri der war auch lange nicht mit dabei nein ehrlich gesagt aber da bringt mich übrigens auf eine gute idee das gleich mal übrigens ganz fix nach dem gefecht hier glaube ich machen bitte nein kein eigenbeschuss scheißegal ob ich jetzt gerade brennen ich konnte gerade verhindern dass ich einen eigenen kollegen abgeschossen habe ja was denn Ja, Feuer. Feuer. Feueralarm und auch ein Torpedo hat mich gerade gefressen. Und ich bin jetzt endgültig im Untergang geweiht. Also ich gehe gerade unter. Oh, du Armer. Also ich spiele gerade alle meine Entchen, ne? Wer das Lied kennt, wie das... Alle meine Boote schwimmen auf dem See. Du warst da wahrscheinlich besser. Ja. War aber ganz gut. So. Wir schauen mal, wo der Kollege in welcher Region er gerade rumschwimmt. So. So. Wo fahre ich der Rad eigentlich hin? Hab ich da. Okay. Feueralarm und auch ein Torpedo hat die Rad bekommen. Hm. Hm. Es ist die Königsberg auch ein sehr, sehr schönes Schiff, finde ich. auch wenn es ein Kreuzer ist. Aber ist auch ein sehr schönes Schiff. Oh, Torpedo Einsatz. Da ist immer die Frage, die Torpedo ist immer so ein Glücksspiel. Treffen sie oder treffen sie nicht? Hm. Das ist die Frage. Er springt natürlich auf Basis D zu. Da, wo ich vorgesehen habe, zu stören, was mir auch gelungen ist. Aber ich bin schon leider untergegangen. Ich fahre ich doch nicht mehr zu Basis D. Es ist zumindest noch frei. Ja, habe ich schon gesehen. Genau. Gerade ein Flugzeug abgeschossen worden. Meine, Jetzt hoffe ich auch mal, dass der Kollege Benni hoffentlich kein Opfer des Friendly Fires wird. Friendly Fire ist übrigens für die, die den Ausdruck noch nie gehört haben. Friendly Fire bezeichnet man als das, wenn versehentlich Schüsse in die eigene in die eigene reingehen, also an die eigenen Schiffe oder Flugzeuge oder selbst eigene Truppen. Das bezeichnet man dann unter Friendly Fire. Ich brauche das, glaube ich, ich brauche das jetzt. Genau, mit Z. Oh, das war gerade ein schöner Werfer. Jawohl, kam der von dir? Nein. Aber wir haben 68.000 Kredit bekommen. Jo, ich 32.909 und 200 Kohle für den Clan extra. Was haben wir noch? 10.000 Kredit. Auch gut, aber knapp eine Kiste. Jawohl, wir haben ja mehr als genug Kisten. So, ja, gute Idee übrigens. Also, wir haben wieder mit einem Sieg abgeschlossen. Das ist wunderbar und wir schauen mal schnell. Eine schaffen wir noch. Einschaffen, Ja. Gut, machen wir jetzt gleich auch. So, aber du hast mich gerade auf eine sehr gute Idee gebracht übrigens. Okay. Ich bringe jemanden auch gute Ideen. Ja, du hast doch vorhin nach IgGl gefragt. Ah. Er ist zwar im Discord nicht online, aber ich kann mal, wenn ich ihn jetzt finde, anschreiben, mal schauen, was er macht und ja, ich bin gleich wieder für euch zu hören. Ich bin nur mal ganz kurz weg für den Moment. Okay. So lange ist der Kollege weg, können wir aber nicht weitermachen. ich schaue dann mal beim Cookie Clicker wie das da in der Akte so aussieht. Aber das sieht auch alles sehr gut aus. Ah, Queen? Nee. Ah, Trillion. Trillion. Akte. Hm. Was nehme ich denn? Verschiffen. Nehme ich nicht mal. Verschiffen und dann habe ich da Ahmedes. Dann kommt als nächstes wahrscheinlich der Zauberturm und der Tempel. Okay. Das ist das 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 , da bin ich wieder sind die ende schlafen ich habe übrigens jetzt fix meine sprachmachricht an igel geschickt mal gucken was zurückkommt also wenn das so kommt wir wurden vor noch ein gefecht schafft man noch ja dann machen wir natürlich auch noch eins natürlich gleich mal ja bei der bayern bleiben wir natürlich jetzt auch ja weil damit läuft alles gut und somit bleiben wir auch damit bleiben auch noch in oder noch mal in den gefechtsmodus kopfgefechte so da starten wir jetzt dieses gefecht noch in drei zwei eins los geht's so ich glaube der gefecht hat uns zugehört die wohl nur ein gefecht und da müssen wir uns aber jetzt beeilen dass sie richtig schnell ins spiel kommen so was haben wir denn für eine mündung singen haben und das war ja ich glaube die haben die karte überhaupt weil ich kann das sein aber geil ja wieder mal so ein gefecht wie vorhin so ach ja na gut ich fahr mal zu dem eine hand breit wasser unter kiel jawohl achten bei quagat c3 f4 f5 das nennt man wasser schach ja aber nur für nico ne ich bin kein geübter schach spieler also schach kann ich überhaupt gar nicht du kannst kein schach nein also ich hab früher öfter mal versucht schach zu spielen aber ich krieg das nicht auf die kette also da bin ich ehrlich schach ist bei mir komplett meine schwester kann sehr sehr gut schach die hat auch bei schachturnieren sehr viel zeit genommen und hat auch sogar glaube ich auch mal bei der deutschen schachmeisterschaft mitgemacht wenn ich mich recht erinnere aber da muss ich meine schwester noch mal genauer fragen aber ich dachte ja schach schach ich gehe auch schon ein bisschen längere zeit für euch her für mich hier vor ein zwei wochen äh vor ein paar Tagen sorry ähm ja am sonntag oder ja damals äh im april war ich ja in münchen auch den tup munich treffen tup munich treffen tup munich treffen ähm und wahrscheinlich wird ich auch bald wieder eins geben bitte schaut da immer mal wieder auch die soziale medien ich werde euch immer wieder auch ankündigen ähm die leute die youtube twitter instagramer und die künstler innen seid sind herzlich eingeladen ähm ihr müsst dann in der rede immer so ein anmeldeformular ausfüllen daher ähm was ist euer twitch name was ist euer youtube name wie ist euer name ähm ihr beschließt schonmal und kum und ja da könnt ihr dann sehr gerne äh dabei sein ich werde versuchen in der rede auch immer da zu sein äh wenn ich es schaffe ähm aber sonst gibt es auch in tup nürnberg eins was auch echt cool ist und ich sag mal so es sind echt nette leute unterwegs aber für alle leute die kein youtube machen ihr seid auch in dem fall ihr erstmal nicht willkommen ähm daher ähm ähm es gibt Termine da könnt ihr auch hinkommen das sind dann irgendwelche community äh event da dürft ihr dann auch selber hinkommen ähm habe ich den schiff immer noch nicht zerstört war ich bin schon äh dabei schiffe ins kreuzfeuer zu nehmen ja mal gucken ob wir jetzt hier ja der versucht mich jetzt natürlich auch kurz kommen zu nehmen aber nicht mit mir her ich mache jetzt hier nämlich mit denjenigen auch mal kurz im prozess ist was auf die nase gekriegt ist das nämlich auch wieder durch und jetzt machen wir nämlich folgendes äh lassen wir unsere waffen nämlich alle komplett laden dass man nämlich dann alle geschütze einsetzen können ja und dann drauf gehen können jippie das erste mal und ne doch das erste mal in dieser Folge mal wieder ein boot selber erschrocken haben nach da jo das läuft doch wie wie geschnitten Brot richtig die 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 so zu sagen jawohl zwei sind noch im fech und ich bin wahrscheinlich bald auch tot ich habe auch nicht aber ich sieht danach aus ich erobere hier gerade basis d macht das hier und ich versuche hier schon das nächste schiff auswendig zu machen und ihn anzugreifen währenddessen ich hier den nächsten angreifer auch versuche auszuschalten beziehungsweise und meiner preis oder von der preis weg zu jagen jawohl das ist ja richtig genial alle vier basen unter kontrolle das auch nur noch halten das ist das richtige zwei es heißt nicht weil es alle vier basen grün sind dass das automatisch dann auch als ok fertig gilt nein das heißt es natürlich noch nicht weil es heißt natürlich dann erstmal auch die vier basen unter kontrolle zu halten das heißt dann die gegner auch daran zu hindern die basen wieder einzunehmen deswegen alles jetzt was geht währenddessen können wir uns hier mal fleißig reparieren während der eine spielkollege seine aufklärungsflugzeuge losschickt um noch mal nachzuschauen ist da noch jemand oder haben wir jetzt da komplett ruhe von denen ich muss meine geschütze ein bisschen umschwenken ich komme ich da doch noch mal ich doch noch an ich doch noch an und dann nicht mehr an Wir schauen mal, wo unser geschätzter Kollege steckt. Also auf der Karte. Da ist er. Gut, da versuchen wir mal hinzukommen. Wenn er direkt auch da rein. Da wollte ich auch. Für wen galt der Funkspruch gerade? Teufelsklar. So, wir haben einen Sieg. Yo. Und somit, meine Damen und Herren. Wir haben drei Siedel hinter einem Mann. Und somit auch von World of Warship Team Philbe. Von Nico und mir. Er hat mal einen wunderschönen guten Abend. Macht gut, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Event. Und beim nächsten World of Warship. Und bis dahin. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis bald. Yo. Den kann ich mir natürlich nur anschließen. Natürlich mit diesen schönen Zahlen. Auf jeden Fall haben wir den dritten Sieg hintereinander. Wunderbar. Die ganzen lese ich jetzt nicht vor. Das seht ihr dann selber. Auf jeden Fall schließe ich mich, wie gesagt, den Worten natürlich an. Und wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, zuzuschauen. Und wir hoffen auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und so viel kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Denn in der nächsten Folge werden wir mal in die Container schauen. Das machen wir mal bei der nächsten Folge. Aber wie gesagt, das war's von Wirt of Warship. Und ich sage damit, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Und das wünscht euch euer Rolli-Campfer. Bis dahin. Tschüss. Und ciao, ciao. Tschüss.